Leute, heute schauen wir uns an, wie wir auf Liberty Falls den Tresor aufmachen und damit einen guten Loot kommen. Also, um in den Tresorraum zu kommen, braucht ihr natürlich die Kombination für den Tresor. Vielen Dank an meinen Videosponsor U4GM. Braucht ihr Hilfe in Black Ops 6, dann geht auf U4GM. Habt ihr keine Lust oder Zeit auf den mühseligen Chemo-Crime, dann schaut bei U4GM vorbei. Mit einer exzellenten Bewertung auf Trustpilot könnt ihr sicher sein, dass ihr euer Zeuge erhaltet. Link zu U4GM ist in der Beschreibung. Die Kombination steht auf drei Zetteln hier auf der Map, die sind immer am selben Ort. Der erste ist hier im Comic-Buchladen. Die Zahlen sind immer random, die richtige Reihenfolge erkennt ihr daran, dass zum Beispiel die Zahl hier in der Mitte steht und links und rechts noch ein Platz frei ist, also ist das die mittlere Zahl. Der nächste Zettel liegt hier bei der Bowling-Anlage. Einfach hier kurz den Kübel wegschießen und darunter liegt er dann. Hier seht ihr jetzt, dass die Zahl auf der dritten Position steht und der letzte Zettel liegt direkt gegenüber von der Bowling-Anlage in der Bank, wo auch der Tresor ist. Einfach hier auf den Tresen und hier habt ihr dann die dritte Zahl. So, jetzt haben wir unsere Kombination und geben die einfach am Tresor ein, also 10, 04 und 11. Ok, wenn ihr ein Tresor jetzt offen habt, dann bleibt er auch für immer offen. In dem Tresorraum sind kleine Schließfächer, wo ihr den guten Loot findet. Dafür braucht ihr Schlüssel. Den Schlüssel droppen die Boss-Zombies, also Mängler oder die Mini-Up-Domination. Je höher die Runde ist, desto bessere Schlüssel findet ihr natürlich. Mit dem Schlüssel könnt ihr dann hier die Schließfächer aufmachen und darin findet ihr guten Loot. So Sachen wie Ausrüstung, Essenz, Abschussserien etc. Ihr könnt euch auch ganz gemütlich Zeit lassen, also ist ein Safe-Room, ihr kommt nichts rein, ihr habt 45 Sekunden Zeit und ganz gechillt, Leute. Alles klar, wenn es euch geholfen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da, haut rein, Peace! Bis zum nächsten Mal.